was ist das wenn ich wüsste man dieses zeichen sondern die beste momente aus den ersten 90 folgen noch mal passieren lassen ich weiß es nur weiß vorhin in der auswahl man kann doch kommen kann doch kommen keine ahnung wie ich das zeichnen bin schon ziemlich gut eigentlich ja dieses letzte teil ja ja ich sehe da auch ein weiteres halt aus dem alten folgen das ist ja motiviert ja ja wohl sie musste doch machen das ist der mike wie er leibend lebt das ist irgendein Viech tödö 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 ja ich lass das wieder mal neutral so stehen na hier Ape Raper ja ja also ihr entscheidet selbst was ihr da eingebt jeder stört für sich alleine es ist nicht Tarp hier what the fuck man ich bin so was von los für wieder und dann bin wir bist du Nippelman ein satter Musik ist es nicht typi Bibi typi maaa warum denn ich weiß schon wie das zeichnen mit einer Puppe und dann alle kliff und dann P weg J levels k okay pr음 kör prm kör Ape oh O NEIS u Matt Was? 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 Ist es einfach so, das hier? Ey, was? Alter! Ich habe viel zu weit gedacht. Ich hatte das Wort an sich im Kopf und habe gesagt, nee, 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 das ist so einfach. Schreib mal Trauergäste hin. Maike, kommst drauf. Maike ist noch nicht in dem Alter, wo er sowas aufmachen kann. Also das ist ein komischer Fetisch. Du kommst, ach, oh ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ich komme auf Sack. Boris. Boris. Promi. Scheiße. Narzisse. Ja, ja, ja. Gibt da auch so einen Typen, der heißt auch so, das ist der, der beim Supertalent immer diese Kugel in den Mund genommen hat und runtergeschluckt hat und wieder rausgeschluckt hat. Ich hasse den. Der Regurgl-Tater, oder wie der heißt, Regurgl-irgendwas. Wenn sie das rechte nicht versteht, dann einfach das linke. Ne, das ist ja fast wie das Wort davor da. Starb. Ja, Mann. Und das ist starb. Maike, oder? Maike, Eva. Maike, Eva. Das war deine beste Runde. Ich war beeindruckt von diesem Talent. Marienkäfer. Tschüss. Was ist mit dem Talent? Was ist das für ein komisches Geräusch, was ich da höre, sonst piepen. Wow, ich weiß es. Das ist ja wohl, also, dieses Wort wird nicht zufällig generiert. Das vermiete ich. Urin. Das sah einen sehr guten Wort aus. Ja. Was wäre das Leben ohne Alkohol? Ach, das freut mich auch. Das wäre ein besserer Ort. Happy, happy, happy birthday. Wo, 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 wo? Wo ist meine Mama? Ich möchte, dass das jetzt irgendwann noch einspielt. Ne, der kriegt wahrscheinlich noch Copyright Strike oder so. Lieber nicht. Ja, das kann Mike singen. Ja, Mike sing, wo, 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 wo. Wo ist überhaupt was? Was? Singen wir was von Buchstaben. Wer ist scheiße? Wer ist scheiße? Oh, das ist ja so. Oh nein. Nein. Nein, wie kann's nicht? Das ist ja der Ultrarass, das hatten wir auch noch nie in der Aufnahme. Das ist jetzt Server einfach rein, Scheiße. Das ist ja mega scheiße. Boah, da muss ich einfach sagen, wir nehmen einfach den Zwischenstände jetzt, also, oder? Als Ergebnis. Dann müssen wir den Friedrichshaft machen. Entsteigt mir jetzt noch ein bisschen aus. Was? Was kann auf den CT? Was ist denn das für ein komisches Pieken? Ich hätte einfach Wortkick an. Ich komm mit ehrlich, wir haben noch nichts drauf. Impftest, Impfnachweis. Also kick den, dann kriegt man auf die Punkte nicht. Jetzt bin ich da, dass der auf die Punkte ist. Krankheit. Ja, dann haben wir es auch mal aufgezeichnet, wie der Server einfach mal live sich entschließt, neu zu starten. Sehr gut. Oh, ja, Bruder. Also was hätten wir noch gehabt? Wilder. Ja, das hätte ich doch gerne gesehen. Bauchnabel war auch drin, in der Runde. Oh Mann. Bauchnabel. Hybride. Stinken. Wir hätten stinken haben können. Ja, wir hatten Blasen drin. Ich bin sehr froh, dass Blasen nicht dran gekommen ist. Also angeblich, was ich aber hatte, das hätte ich auch gerne mal gezeichnet sollen. Ich bin sehr froh, dass Blasen nicht dran gekommen ist. Set Nummer 3. Leider wurden ein Bauchnabel weh. Nein, stinkt. Aufwahl Neues und diesmal scheißt der Server hoffentlich nicht rein. Wir haben wieder 100 neue Wörter. Wir haben wieder 100 Personen gefragt. Nennen Sie ein schwarz-weiß-Ney. Server will bestart in 60 seconds. Oh Mann, Mai, gib mir doch mal Mühe. Was soll denn das? Wer ist jetzt da? Wow. Jetzt auch wieder das was, 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 was. Wow, wer ist denn da gechaunt? Ich schicke das nicht. Was ist das? Wer ist denn da gechaunt? Ach, du Scheiße. Haku. Wer ist denn der Slender? CN Fair 89X. Geil. Ich schicke das Wort übrigens leider nicht, Hanna. Nein, du musst weitergehen. Haku ist falsch. Geht mal Kack an. Kack. Danke. Warum ist das Sack? Redet der auch, der Neue hier? Machen wir einen Stabbel auf. Machen wir einen Stabbel auf. Ja, dreh den nicht. Okay. Okay. Egal, du musst lustige Wörter gessen. Ja, das reicht mir schon. Mal gucken, wie der Chef hier dabei sein wird. So. Das ist ein unverwechselbarer Zeiten-Sterie. Was? Bauchnah. Nee. Es ist Berserker. Profi-Wichser. Stell euch mal vor, derjenige, der gechaunt ist, dann guckt sich so als jemand, der Hakenkreuzzeite. Das haben wir ja auch gerne mal. Vladimir. Ich gebe noch nichts ein, weil ich bisher noch keine Tendenz habe, was das soll. Vernünftig ist es nicht. Schiss? Maaam. Alter, geil. First Try, Mann. Richtig gut gemacht. Der Übel. Es ist richtig gut gemacht. Der ist ein Übel. Der Übel. Der Übel. Ey, dieses komische Gepiepe, weil ich da die ganze Türe, das macht mich wahnsinnig. Das ist bestimmt wie der von Dezis, der das nicht bemerkt oder so. Maaan. Irgendwas piept die ganze Zeit über. Ganz leise. Ich höre nichts. Maaan, der ist auch ein Rekoran. Das ist ja... Das sah voll geil aus. Das ist ja eigentlich nicht rausgeflogen. Er hat nur Punkte. So, mal kurz voran, jetzt bin ich wieder da. Wie ich sehe, habt ihr es so weitergegangen. Das ist natürlich mehr Kommunismus. Die Riese. Der stinkt nach Scheide. Es wird einfach immer dramatischer. 3D-Brille auf dem Weg ins Kilo. Hä? Als ob wir das... Sag halt immer... Also, als ob wir das erraten haben, dass zwei Autos sind. Wo ist meine Mama? Ey, das war richtig smart, dass wir das anhand von zwei Autos erraten haben. Der Pfeil gab mir die richtigen Hinweise. Yeah, yeah, yeah. Ja, das ist immer so. Mike dreht im Verlauf so eines Abends immer mehr durch. Okay, das wird, glaube ich, ähm... Censur tot. Das macht mir gerade Sorgen, welche Ausmaße das annimmt. Akt. Jetzt, ob das so einfach ist. Mann, ich hab's mir schon gedacht, ob ich das hier spiel. Ja, ja. Mann, der Furz. Patrick, nimm den Spaten. Was willst du denn noch mit 40 Jahren die Flippers? Was soll denn noch so sein? Muss ich Musik-Tipps noch geben. Ich sehe, du hast den richtigen Jackpot gezogen. Diesen Nats. Was? Diesen Nats? Was war das gerade? Diesen Nats. Herz. Blatt. Herz, Blief. Herzschmerz. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Hä? Herz, das war so geil. Das war so geil. Das war so geil. Herzschmerz. Herzschmerz. Herz, knarzt, Herz. Ja, das war's eigentlich. Also, ja. Ach so. Dumme. Ich weiß jetzt nicht mehr mehr, in welcher Folge das ist. Ach so. Das ist Folge 72. Als ob du das weißt. Richtig gut. Ich hab's dir gerade offen, dass er weiß ist. Ach so, Bombe. Ich hab's offen, dass er weiß ist, ja. Ich weiß auch, was noch in Folge 72 ist. Süßholzraspeln. Ja. Bis zum nächsten Mal. Kopf her. All right.